Subnautica Subnautica Ja Energiezellenladestation Batterieladestation Wäre auch nicht schlecht Vielleicht sollten wir mal damit anfangen So, also neue Aufnahmesession Ähm, gerade Ich bin heute ein bisschen Also ich habe gestern ein paar Folgen gemacht Und heute muss ich noch ein paar Folgen machen Um auf mein Pensum zu kommen Das ist gerade so privat Bisschen kuddelmuddelig Ich muss auch gleich nochmal weg Deswegen kann ich jetzt nur gerade zwei Folgen machen Muss dann nochmal weg Mach dann vielleicht noch zwei, drei Folgen Das ist alles gerade ein bisschen Naja So, wir brauchen einen Kabelsatz Kupferdraht Und die Darn Haben wir hier ein bisschen Silber Eins Kupferdraht hätten wir aber da Dann machen wir den mal Und dann müssen wir uns ein bisschen Müssen uns ein bisschen was holen gehen Da hoch So Hier rein in die MS Porky So Gut Äh, Silber Oh, da müssen wir mal bohren gehen wieder Wir müssen mal wieder Silber bohren gehen Silber und Quarz Sehe ich das richtig? So Ich mach mir mal hier Gerade so einen Kabelsatz Einen Kabelsalat Mach ich mir hier Und Äh Kupferdraht Kabelsatz Und Titan Ne So Okay Gut Warte mal Nehmen wir mal die zwei da raus 100 100 100 Okay Äh Hab ich die jetzt rausgenommen? Die beiden? Ja, okay Ich dachte gerade so Die Zentral war doch voll Dürfte doch gar nicht reinpassen, ne? Aber hat noch reingepasst Gerade so So Da können wir auch mal ganz kurz in den Krebs ansteigen Boah, da sind wir noch auf 93 Das reicht Das reicht So Gut Und dann können wir mal hier direkt Die und die reinschmeißen Können die da gemütlich laden Ich glaube dann mach ich mir mal hier noch so einen Elektroschrank hin Ein Elektroschrank Wie weit wir den benutzen werden Weiß ich jetzt nicht wirklich Keine Ahnung Ähm Kann ich jetzt so ehrlich gesagt Nicht sagen Nehmen wir mal hier noch einen Schrank hin So Der hier ist ja auch schon so gut wie voll, ne? Beziehungsweise er ist voll Lass mal zum Aquarium gehen Und mal gucken, ob da schon irgendwas rausgeschlüpft ist Was haben wir denn da? Wir haben da die zwei Knuddelfische Einen Kracherfisch Und da so ein Komisches Getier Eine Lava-Echse Interessant Können wir hier noch was scannen? Ne Eine Lava-Echse So, aber man kann doch auch noch hier den Beetkasten benutzen Hier müssen wir noch ein paar Sachen reinpflanzen Der ist ja relativ groß Sogar So, ich hing kurz fest Wir brauchen was zu trinken Ich glaube, ich hau mir noch so die ein oder andere Melone rein So Sehr schön Ähm Ja, dann lass doch mal hier Auf Hier ist kein Quarz dabei Hier ist auch kein Metallschrott dabei Wieder mal Kann das sein, wenn man das Spiel neu startet Dass dann der Scannerraum erstmal eine Zeit lang braucht? Bis der hier richtig was anzeigt? Also wir haben doch zum Beispiel Titan gebohrt In der letzten... Ah, das zeigt auch an Wir haben aber auch Sil... Haben wir Silber gebohrt? Letzte Folge? Ne, Kupfer Warum ist denn jetzt hier kein Kupfer dabei? Also vielleicht weiß das ja jemand von euch Das ist irgendwie... Kommt da noch nicht so richtig mit klar Das sieht auch hier so irgendwie aus Als würde hier eine Bodenplatte fehlen Vielleicht haben wir die vergessen einzubauen Kann man denn hier noch ein Modul Den haben wir Kameradrohnen brauchen wir eigentlich nicht, ne? Normalerweise hat doch der Scannerraum, wenn man den baut, eine Drohne Habe ich mir irgendwas getan? Achso, hier ist die Kamera Okay Das ist schon merkwürdig Irgendwie komme ich da gerade nicht drauf klar, ne? Bin los mit dem Scannerraum So Pass auf Ich baue mal hier Ich baue mal hier ein Schreibtisch Und ein Stuhl Drehstuhl Bauen wir hier hin So Kann man sich hier mal schön hinsetzen Ah, herrlich Ist das nicht schick? So Kriegen wir hier auch noch ein Fenster rein Das wäre natürlich Ultra genial Ich glaube es ja auch nicht Oh, nur Glas für Habe ich noch zwei Quarz hier unten im Schrank? Ah, Logo Ja, geiler Scheiß, ey So Höhlenstärke 6,8 Okay, man sieht jetzt hier natürlich nicht ganz so viel Weil man hier Aber Hat schon was, ne? Sieht trotzdem ganz schick aus Ich find's cool Ich find's cool So Okay Cool Cool, cool Ähm Könnten halt hier noch so einen Pflanztopf auf den Boden stellen Oder hier so ein Glastisch Hier hin Brauchen wir auch noch mal Glas für Logischerweise Weil ist ja ein Glastisch, ne? Haha, wer hätt's gedacht So Machen wir mal einfach so ein bisschen hier Ganz gechillt hier ein bisschen ausbauen So Was hat man denn noch hier? Irgendwann so ein Labortisch Könnte man hier als Sideboard Oh ne, der ist irgendwie sehr groß, ne? Irgendwie ein bisschen groß Als Sideboard hier Hm Ich will einmal hier so ein Wandregal Warum denn nicht? Mein linker Monitor ist gerade ausgegangen Frag mich bitte nicht warum Der macht dann in letzter Zeit öfter So Und dann vielleicht noch mal Hier irgendwie so ein Wandregal Da stößt man sich dann auch immer schön den Kopf Ne? Hier so Tock Klong Birne gestoßen So Schön, schön, schön Ähm Pass auf, ich mach mal Schrank leer Äh, Inventar meine ich leer Schmeißen wir mal hier was rein Dann schmeißen wir mal hier was rein Und Dann würde ich mal gerade aus dem Konstruktions Werk Werkzeug Die Batterie rausnehmen Mensch, das geht ja normal Das ist aber auch schwer So, dann kann die da laden Und Dann gehen wir mal raus Achso, hier kommen wir gar nicht raus Was ist denn hier eigentlich noch drin Ach je, da ist ja Kupfer Und Silber Okay Also das Problem haben wir schon mal gelöst Ne Hm Hm So Silber Kupfer Daraus würde ich mal Kupferdraht machen Dann machen wir uns noch ein paar Bilderrahmen So Ähm Dann schauen wir mal gerade nochmal hier in unsere Bio-Kiste Da haben wir noch Tiefenpilze Die können wir hier erstmal lassen Da ist nix drin Da sind Ionenwürfel drin Da haben wir nur Wasser und so ein Krempel Da haben wir noch Blutöl Da würde ich mal auf jeden Fall mal eins mitnehmen Das können wir dann ins Aquarium pflanzen Spitzhorngras Können wir mal mitnehmen Die Ming-Pflanze nehmen wir mit Äh Lampenbuschprobe Hirnkoralle Geisterhände Membranbaum Ja, die würde ich auch noch gerne einpflanzen Aber die Ach je Uiuiuiuiui Wir haben auch noch einen Bio-Schrank Aber da sind glaube ich nur Da ist nix mehr drin Okay Puh Na gut Na gut Na gut Aber wisst ihr was wir machen könnten Wir könnten uns vor dieses Fenster da hinten Also wir probieren das mal aus Vielleicht ist die Batterie schon wieder voll Fast Äh Dann nehmen wir gerade die aus dem Scanner Raus Machen die hier rein Ähm Machen wir gerade hier das Wasser rein Nehmen wir noch zwei, drei Titanen mit Beziehungsweise wir hängen uns mal noch Hier vielleicht ein Bild hin Es sind übrigens keine neuen Bilder mehr dazu gekommen Ja Wollte ich nur mal so anmerken Warum geht denn hier keins hin Das muss man nicht verstehen Das da So Dann hängen wir mal hier nochmal Was hängen wir denn hier auf Hier das Frettchen Hochladen Und hier neben Pack ich die Jule So Sehr gut Und Hier Machen wir Das Kaminfeuer hin Und hier Würde ich jetzt mal Den hier machen So Sehr gut Wird richtig wohnlich Ich finde das toll So Was wir machen könnten ist Wir könnten versuchen uns Eine Plattform da draußen zu bauen Da brauchen wir zweimal Blei Die wir auch noch haben Vielleicht kriegen wir die hier unter das Fenster gedübelt Ha Ja Perfekt Nehm ich so Das nehm ich so Und dann Nehmen wir hier noch so ein Beetkasten Und dann stellen wir den hier so davor Immer nur kein Titan mehr Ne gut Das ist ja nicht schlimm Titan lässt sich ja besorgen So Sehr cool So Und dann würde ich nämlich hier Auf jeden Fall hier den Membranbaum reinpfeffern Die Hirnkoralle Die Lampenbuschprobe Die Geisterhände Die Zaungras Ja und das Blutöl Warum denn nicht Ne So Da kann er wachsen Das ist glaube ich der Membranbaum Das da ne Das ist der Membranbaum Ja cool Dann sieht man den genau von drin Ja geil Sehr nice Sehr nice So Und jetzt haben wir hier noch Die Ming Pflanze Äh Hatte ich nicht eben noch irgendwo Ein Blumenpott hingestellt Ne War Ja Ja dann Würde ich sagen Wo packen wir die denn jetzt hin Schauen wir sie mal da hin So Die wächst ja eher gerade hoch Das sollte eigentlich Funktionieren Mit der Modifizierungsstation da So Und dann haben wir ja hier noch so Wandpflanztöpfe Und so ein Krempel Da ist kein Platz Ähm Oh der braucht ja nur einen Titan So wie groß sind die Die haben ein einzelnes Feld Ähm Ich gehe mal nochmal gerade hoch gucken Was wir jetzt noch oben an Seeds haben Aber ich glaube viel ist nicht mehr da Das ist Blutöl Obwohl da können wir mitnehmen Dann schmeißen wir das In das Aquarium rein Ach ja hier Rotschirm Gepunktetes Ampferblatt Die würde ich draußen anpflanzen Ach hier Guck mal da Pickelpapyrus Quallenpilz Warnpalme Da haben wir noch eine Mingpflanze Und noch eine Knollenbaumprobe Und das Schwefel Okay So Wie viel Platz haben wir noch? So Porky und der grüne Daumen Sehr schön Ich finde das gut Ähm So Okay Dann lass uns hier mal Das rein machen Die anderen würde ich draußen gerne anpflanzen Die würde ich ganz gerne draußen anpflanzen Äh Was haben wir denn hier? Gepunktetes Ampferblatt Was haben wir jetzt noch hier? Nochmal gepunktetes Ampferblatt Machen wir das mal hier hinten rein Dass das nicht so nah aneinander steht So Hier haben wir auch noch so einen Quallenpilz Den könnten wir auch hier rein machen Glaube ich Dann haben wir noch Rotschirm Und Wickelpapyrus Dann machen wir die mal hier vorne rein So Und die zwei Die müssen wir drinnen anpflanzen Aber die passen da nicht rein Da bräuchte man Einen großen Pflanztopf für Ich brauche schon gar mehr Wohin mit meinen Pflanzen Bündchen Skinder doch mal Nehmen wir mal noch eine hier hin So Was ist denn da? da. Larvenkorb. Dann machen wir hier rein die Fahnenpalme. So. Und hier beim Aquarium, hier haben wir ja auch noch Platz, ne? Hatten wir nicht hier was reingebaut schon? Ne, ne? So. Mein lieber Mann. Das wird hier richtig nice irgendwann. Das wird hier richtig nice. Das wird richtig schön hier. So. Jetzt haben wir natürlich nur noch das Problem, dass wir hier keine wirklichen Seeds für haben, ne? Wir könnten halt hier die die gefleckte Klappe oder so irgendwie was da reinpacken. Oder den Voxelstrauch. So. Sehr schön. Okidoki. Das war schon mal nicht schlecht, das hier. Nehmen wir schon mal mal die Batterie hier mit und machen die wieder in unseren Scanner rein. Und jetzt müssen wir mal gerade schauen hier. Wir haben Violett und Orange. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal oben in der Zyklop gucken. Haben wir die Tafeln überhaupt mitgenommen? Hier runter. Oder schimmeln die jetzt zu Hause in unserer Base rum? Und ich hab die vergessen. Halt, warte mal. Wir haben ja hier noch so einen Schrank. Tools. Ach, da sind noch noch Pirscherzähne. Och, ein Knuddelfischei. Und eine orange Tafel. Ja, cool. Äh, ja, geil. So. Gab da auch noch eine blaue Tafel. Und wo sind denn die violetten Tafeln? War gar keine, wa? Also, ich weiß. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben eine gebraucht. Aber ich weiß nicht mehr welche. Ich meine, es wäre eine blaue, äh, eine violette Tafel gewesen. Hm. 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 Pass auf. Äh, was braucht man denn für eine violette Tafel? Ein Ionenwürfel und zwei Diamanten. Okay. Ionen. Zwei Diamanten. Wie sieht's denn hier so aus mit Magnetid? Nickel, Nickel. Bio. Ja, da ist die Kildsprobe drin, ja. Diamant. Aber alles, äh, Uran brauchen wir nicht wirklich, aber die ganzen edlen Sachen brauchen wir hier, ne? Edle Tropfen, sag ich nur. So, dann lassen wir hier so ein violettes Ding bauen. Und dann würde ich sagen, sagen, wir könnten eigentlich mal zum Wärmekraftwerk fahren, ne? Oder? Oder machen? Könnten wir eigentlich machen, könnte man eigentlich angehen, ne? Guck nochmal kurz in den Krebs, wie das hier so aussieht. der ist leer. 93%, 93%. Aber wir haben doch, warte mal. Ne, wir haben nicht den Wärmereaktor, ne? Aber ist nicht so schlimm, der lädt ja auf, wenn wir den in die Zyklop rein, reinhängen. Ähm, pass auf, ich schmeiß den Knuddelfisch noch hier rein. Nochmal hier eine schöne Knuddelfisch-Sammlung. Und aus den zwei Titanen bauen wir mal einfach noch gerade hier einen Pflanztopf hin. Und hier auch. So. Dann müssen wir dann bei Gelegenheit mal was reinpacken. dann holen wir uns noch hier die zwei Energiezellen, die jetzt wieder voll sind. Und im Elektroschrank ist noch gar nichts drin. Jetzt gehe ich nochmal kurz zum Scannerraum gucken. hat sich nichts geändert, ne? Es hat sich nichts geändert. Merkwürdig. Muss man den vielleicht keine Ahnung, muss man den vielleicht einfach laufen lassen? Aber macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Der scannt ja jetzt noch Gold, aber macht nicht wirklich Sinn, dass der noch Gold scannt. Vielleicht, dass der dann die anderen Ressourcen so im Hintergrund mitscannt. Schon irgendwie komisch. Aber lohnt sich das, das Ding jetzt einfach laufen zu lassen? Irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir lassen ihn einfach mal so, wie er ist. Und, äh, nehmen wir uns das noch mit. Und dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich los, oder? Ich denke schon. Das wird schon irgendwie hinhauen, ne? So. Undock-Problem hier. Mein lieber Schwan. Oh, völlig vergeigt. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. So. Erweiterungsmodule ansehen. So. Ne? Ich würde sagen, ich würde sagen, wir tuckern einfach mal los, ne? Ich weiche mal gerade noch hier ab. Und. Machen wir mal kurz so. Ich glaube, da hinten geht es lang, wa? Wir haben ja einen schönen Zyklop-Wärmereaktor. Ich hätte mir eigentlich noch können, Ionen-Zellen bauen, ne? Aber kann ich die überhaupt bauen? Können wir Ionen-Batterien bauen? Energiezelle? Ne. Ich glaube, das Rezept bekommen wir genau da, wo wir jetzt hin wollen, ne? Im Wärmekraftwerk. Wenn mich nicht alles täuscht, bekommen wir das genau dort. Aber macht ja nichts. Ich komme auch gut mit normalen Energiezellen, klar. Die finde ich klasse, die Dinge. So. Dann fahren wir mal hier über die Stufe drüber. Und ab nach unten. Ach, guck mal. Hier gibt es Rubinen. Warte mal. Ich parke mal kurz hier. Ich gehe mal kurz ein bisschen sammeln. Rubine finde ich toll. Wir haben halt ein paar verbraucht. Deswegen, also. Ein paar Rubine sind draufgegangen. Ich glaube, für Aero-Gel, ne? Oder sowas. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da hängen Gelsäcke rum. Was ist denn hier so drin? Silber. Okay. Von hier unten in der, in der blauen Soße. Oh, Titan. Gibt es hier Titan, Uran. Titan und Uran ist hier verfügbar. Hier sind noch ein paar. Rubine. Die gehe ich mir mal gerade pflücken hier. Dass wir auch noch ein bisschen was anderes gemacht haben, hier außer dekorieren. Wobei das dekorieren eigentlich Spaß macht in dem Spiel, ne? Muss man ja doch mal so, muss man ja mal so sagen, ne? Wer bist du denn? Ein rotes Augauge. Kann man die scannen? Ach, da sind die komischen Lava-Larven, ne? Ich nehme mal zwei mit von den Kollegen. Die können wir vielleicht daheim ins Aquarium stecken. So, gehen wir mal noch kurz hier in die blaue Soße rein. Auch Uran. Jede Menge. Okay, cool. Aber wir haben jetzt ein bisschen was eingesammelt. Das ist doch schon mal prima. Da hängt noch ein Rubin. So, ja, perfekt. Sehr schön. So, warte mal. Hier, Bio. Da würde ich mal... Ich glaube, die halten sich, die Fische, ne? Ich glaube, die halten sich, die leben da so weiter. Brauchen wir jetzt kein Aquarium extra oder so? So, einmal Silber. einmal Gold. Und dann... Engine powering up. Auf geht's. Hier um die Kurve rum. und dann in die Lava-Zone hinein. Da werden wir uns hinbegeben in der nächsten Folge. habe ich hier irgendwas gerammt. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, ich bin mit dem Hintern da an dem Stufe hängen geblieben. Ähm, ja. Also, nächste Folge geht's hier weiter in die Lava-Zone. Und dann fahren wir in Richtung Wärmekraftwerk und dann zeige ich euch auch den Platz, wo wir die Zyklop parken. Die alteingesessenen Zuschauer wissen das. Da werde ich die Zyklop wieder parken. Da ist die nämlich ganz gut geschützt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht's gut. Bis dann und tschüss.